Irgendetwas nähert sich uns. Es ist noch ziemlich weit draußen, aber es ist ein Schiff. Ein Rettungsschiff? Ja! Wurde auch Zeit. In diesen Quadranten? Es hat definitiv Kurs auf uns. So sieht's aus. Es sind klar und deutlich... Was ist? ...auf lautstellen. Klapp müsste ich in sechs Wochen die Randzone erreichen. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Deutschland. Wir kriegen Besuch. Alien. In den Schatten. Weg damit! Er soll weg! Er soll weg! Weg! Sie kommen gerade aus dem Hyperschlaf. Wir haben sie gefunden. Und ihren Kater. Uns gefunden? Wir sind in Sicherheit? Nun ja, ähm... Nicht im wahrsten Sinne, um ehrlich zu sein. Moment mal. Wie lange bin ich da draußen gewesen? 37 Jahre. Oh Gott, Amanda. Amanda? Ich hab meiner Tochter versprochen, in anderthalb Jahren wieder zurück zu sein. Sie sind am Leben. Und wenn schon? Da wäre noch ein Problem. Welches? Unsere einzig verbliebene Landaffähre. Sie hat an der anderen unbeschädigten Landebucht angedockt und liegt dort seit 77 Tagen. Sie ist völlig abgeregelt. Wieso denn abgeregelt? Wegen genau dieser Dinger da drin. Oh nein. Nein. Nein, nicht hier. Nein. Hey, nein! Ganz ruhig! Nein! Ruhig! Garcia, Sedativum! Nein, nein, nein! Denk dran. Es wird nur im Notfall gefeuert. Ripley, alles klar? Ja. Gut. Sneddon, Garcia? Bereit. Ihr müsst am Shot schnell reagieren. Wir können uns keinen weiteren Druckverlust mehr leisten. Geht klar. LeChance, hast du die Luke der Samson unter Kontrolle? Finger ist am Knopf hoch. LeChance, hast du gerade die Luke der Samson geöffnet? Ich hab gar nichts gemacht. Da kommt irgendetwas aus der Fähre. Die Viecher sind noch am Leben. Sie kommen! Scheiße, Mann! Los! Feuer! Aus dem Weg! Pass auf! Ja! Ripley, hinter ihn! Ich kann nichts tun, ihr Plasma-Werfer streut zu sehr! Träum weiter, Mistvieh! Verpiss dich! Sie haben es erwischt! Hup! Rechts, Kompass! Hast du Hunger, Herr? Frisch das! Danke, dass Sie Landebucht 3 besucht haben. Oh, fick dich, Arschloch! Also konzentrier dich, Mann. Beeil dich! Ich glaub, da war was vor der Krankenstation. Der Download ist gleich fertig. Ich bin schon auf dem Weg. Scheiße! Was? Es ist hier. Im Lüftungsschacht. Es ist drin. Aus der Deckenkappe gesprungen an Steuerbord. Ich bin auf dem Boden hinterm Navigationsstand. Du musst da sofort raus. Oder kannst du schießen? Es kommt her! Ich muss weg! Schnell! Richtung Tür! Will ich, ja! Oh, scheiße! Es kommt näher! Direkt auf mich zu! Ich mach mich ganz klein unter den Pult! Oh! Verdammt! Danke, dass Sie die Brücke besucht haben. Es ist raus in den Gang. Entschuldige. Das war dumm von mir. Psst! Jetzt ist es wieder im Schacht. Die Aliens sind lebende Waffen. Und es heißt sie oder wir. Diese Dinger kommen direkt aus der Hölle. Niemand kommt, um uns zu retten. Einer von diesen Scheißhallen kommt ihm aus der Brust. Das Garten soll mir vorweigeren. Sie kommen! Scheiße, Mann! Los, Feuer! Aus dem Weg! Pass auf! Hupa, eins ist entwischt. Eins ist durchgebrochen. Es ist im Schiff. Es war schnell. Und es war riesig. Riesig! Wir müssen es finden. Alien. In den Schatten. Eine Audible Studios Produktion. und zwei. Wie? 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 Ahh, analyse. Vielen Dank.